Laut der Chaos-Theorie kann der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Tornado auslösen. Okay, 1917, im dritten Jahr des Ersten Weltkriegs, sind nicht nur Schmetterlinge herumgeflattert. Aber tatsächlich haben ein paar einzelne Ereignisse in diesem Epochenjahr die Weichen für das 20. Jahrhundert gestellt. Schauen wir es uns genauer an. Die russischen Revolutionen 1917 Wie ist die Lage im Osten Europas? Das Zarenreich befindet sich in der Krise. Die Gesellschaft ist tief gespalten zwischen adliger Elite und Arbeitern und Bauern. Es herrscht Miss- und Mangelwirtschaft. Russland kämpft im Ersten Weltkrieg auf der Seite der Entente, also mit Frankreich und Großbritannien, gegen die Mittelmächte, das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn. Die kämpfenden Soldaten sind demoralisiert. Anfang März bricht in der Hauptstadt Petrograd die Brotversorgung zusammen. Es kommt zur Februar-Revolution. Ja genau, Februar-Revolution im März. In Russland galt bis 1918 noch der Julianische Kalender. Nachdem begann die Revolution eigentlich am 23. Februar. Übrigens sind es viele Frauen, nämlich Arbeiterinnen aus den ärmeren Vierteln von Petrograd, die demonstrieren und streiken. Der Internationale Frauentag ist bis heute am 8. März. Nach den Demonstrationen sind die wichtigsten Ergebnisse der Februar-Revolution die Schaffung einer neuen Regierung und zwei Tage später die Abdankung des Zaren Nikolaus II. Allerdings besteht die liberal ausgerichtete provisorische Regierung parallel zum Petrograder Sowjet, dem Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat. Das Deutsche Reich verspricht sich von der Revolution einen Separatfrieden mit Russland und hofft auf ein Ende des Kriegs im Osten. Deshalb erlaubt es Lenin, in einem verplompten Zug aus seinem Zürcher Exil durch Deutschland über Schweden nach Petrograd zu reisen. Er soll die Revolution vorantreiben und so den Krieg im Osten beenden. Die Entente-Mächte machen dagegen Druck auf die provisorische Regierung in Russland weiter gegen die Mittelmächte zu kämpfen. Die provisorische Regierung entscheidet sich zu einer neuen Offensive gegen die Mittelmächte, die kläglich scheitert. Nun sind die Desertionen in der russischen Armee nicht mehr zu stoppen und die provisorische Regierung hat keinen Rückhalt mehr unter den Soldaten. Die Bolschewiki unter Lenin warten auf die passende Gelegenheit, um die Macht an sich zu reißen. Die Februar-Revolution ging aus einem spontanen Aufstand hervor, der das Ziel hatte, die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse dauerhaft zu ändern. Sie war insofern eine echte Revolution. Die jetzt folgende Oktober-Revolution ist dagegen eher ein geplanter Staatsstreich, ein Putsch oder ein Kuh. Den haben die Bolschewiki, die radikale Fraktion der russischen Arbeiterpartei, sorgfältig vorbereitet. Sie wollen dem Zweiten Allrussischen Sowjetkongress zuvorkommen und besetzen am 7. November wichtige Gebäude und verhaften die provisorische Regierung im Winterpalais. Dieses Ereignis, der Sturm auf das Winterpalais, ist wirklich kein Tornado. Das Ereignis wurde im Nachhinein dramatischer dargestellt, als es eigentlich war, um den angeblichen Revolutionscharakter zu unterstreichen. Ach ja, und auch bei diesen Daten gilt. Oktober-Revolution heißt sie wegen des Julianischen Kalenders. In der UdSSR war dann der offizielle Gedenktag der 7. November. Bereits am nächsten Tag macht Lenin ein Friedensangebot an Deutschland. Es führt zu dem separaten deutsch-russischen Friedensvertrag von Brest-Litovsk. Die Lage in Russland bleibt unübersichtlich. 1918 bricht der Bürgerkrieg aus, der zwischen 1918 und 1922 mehr Opfer als der Erste Weltkrieg fordert und in die Gründung der UdSSR mündet. Nochmal im Zeitraffer. Zu Beginn des Jahres 1917 befindet sich das Zarenreich in einer schweren Krise. Die Februar-Revolution wird durch den Zusammenbruch der Versorgung ausgelöst. Die wichtigsten Ergebnisse der Februar-Revolution sind der Sturz des Zaren und die Doppelherrschaft von provisorischer Regierung und Petrograder Sowjet. Die Oktober-Revolution ist eigentlich ein Putsch durch die Bolschewiki unter Lenin. Auf die Oktober-Revolution folgt der russische Bürgerkrieg. Erst 1922 wird die UdSSR gegründet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017